Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt genau die Moderation machen will. Ich möchte euch heute einmal meine Gegenstände zeigen, die ich gefunden habe und die mir noch fehlen, wie so der Zwischenstand ist. Und wie ihr jetzt schon seht, haben wir hier die Übersicht. Und das ist, was mir noch fehlt. Mir fehlen noch 75 Gegenstände. Und ja, das ist die Übersicht. Rüstung 19, Waffen fehlen mir noch 26, Schmuck- und Klassenspezifische Items 19. Und Unix insgesamt sind 64 und Z-Gegenstände insgesamt sind es 11 Stück, die mir noch fehlen. Genau, jetzt gehen wir mal auf die Rüstung. Da haben wir nämlich die Übersicht, überall wo eine 1 steht. Das sind alles Sachen, die ich schon habe. Fangen wir einfach mal hier ganz oben an. Grauform, Blinkersform. Ganz normale Gegenstände. Da muss ich vielleicht mal irgendwann mal Normal Runs oder so machen. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass die vielleicht trotzdem irgendwann mal auf Hölle droppen, während ich dann hier Tyraels Macht farme oder so. Deswegen wollte ich da jetzt eigentlich keine Zeit verschwenden im Normal darauf hoffen, dass diese beiden Dinger droppen. Aber auch andere Holy Grailer, denen fehlt das auch noch Grauform. Scheint wohl relativ selten zu sein für eine normale Rüstung. Skaldas Thorn fehlt mir als einzige Exceptional Rüstung noch. Das ist sehr ärgerlich, weil das wäre eine gute Alternative, bis ich die Tal Amor habe. Viele Holy Grailer nutzen eben genau Skaldas Thorn, bis sie die Tal Amor gefunden haben. Aber selbst die fehlt mir auch noch. Genau, Arcanes, Heldenmut oder wie auch immer man es ausspricht. Leviathan, Templars Macht, Tyraids Macht. Da werde ich auch noch, das werden wahrscheinlich die letzten Gegenstände sein, die ich finden werde. Helme, Higgish Haube. Der fehlt mir noch als normaler Helm. Krone der Äon, Riesenschädel und natürlich das Gryphon. Greif im Auge fehlt mir auch noch. Ja, Shako habe ich schon zweimal gefunden bisher. Einige sehr seltene Gegenstände habe ich zum Glück auch schon gefunden. Wie hier, ich weiß zum Beispiel das Arach, Verdungus, Nosferatus, habe ich alles. Ich habe alle Gürtel, das ist gut. So, die Hand von Brock, die fehlt mir noch. Hm. Wenn ich das jetzt lese, würde ich behaupten, die ist mir schon ein paar Mal gedroppt und ich habe sie wieder weggeschmissen. Aber weiß ich nicht. Gulleder, Seelensauger und Stahlhäcksler fehlt mir auch noch. Hier, Draculs, den habe ich. Damals wollte ich immer Draculs haben. Und ich habe immer hier Seelensauger und so gefunden. Aber ja, Draculs habe ich schon mehrfach gefunden. So, was haben wir hier? Da fehlen mir nur noch die Schattentänzerstiefel. Achso, ne, und die Blutreiter fehlen mir auch noch. Krass, wusste ich gar nicht. Ja, Wasserwanderung, Kriegsreisender, die habe ich natürlich alle. Schilde, did, 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 fehlt mir noch Medusas Blick und Geisterschutz. Ja, das sind die Rüstungen, die mir fehlen. Dann gehen wir hier mal auf die Waffen. Das ist eine bisschen größere Seite. Ich würde sagen, wir arbeiten uns mal so durch, ne? Äxte, Einhand, Todesbeil. Fehlt mir noch. Todesbeil, ey. Wenn ich das lese, denke ich mir immer so, Todesbeil habe ich doch bestimmt schon tausendmal gefunden, ne? So. Zweihandäxte, Henkers Gerechtigkeit. Bögen, Reißauge. Fehlt mir noch. Okay. Und das Adlerhorn. So, achso, das war es schon. Armbrüste. Fehlt mir der Gedämmelsauger. Dolche habe ich alle. Einhandknüppel. Fehlt mir die Falleiche. So. Die Sturmgeißel und Schäfershammer. Schäfershammer ist natürlich auch sehr selten, ne? Ich glaube, einer der seltensten Gegenstände. So. Zweihandknüppel, der Erdschieber und der Schädelhauer. Dann haben wir Stangenwaffen, habe ich alle. Das ist gut. Zepter. Fehlt mir Sturmauge. Der Stink... Der Stinkspringler fehlt mir. Ich dachte, ich habe den mal gefunden. Hm. Na gut. Astreons Eisenschutz. Himmlisches Licht. Und der Erlöser. Also Zepter fehlen mir noch einige. Ja, Speere, Stahlsäule, traurige Geschichte. Es gab eine Folge, da habe ich den gefunden. Und habe den wieder weggeschmissen, weil ich dachte, ja, habe ich schon. Da bin ich mir ganz sicher, den habe ich mal gehabt, aber habe ich nicht als neuen Gegenstand behalten. Und somit habe ich den jetzt hier auch nicht abgehakt. Ja, der ist mir durch die Lappen gegangen. So, Stäbe, das Eisen-Yang-Bong, Klingenreißer, Mang-Songs-Lektion. Da bin ich auch mal gespannt. Ich habe ja damals immer gehofft, dass ich ihn noch vor Mr. Lama finde, aber er hat es... Er hat ihn gekriegt. Wer das nicht gesehen hat, äh... Ja, gebt gerne mal Mr. Lama bei YouTube ein, falls ihn jemand nicht kennt. Der hat die Holy Grail Quest schon komplett abgeschlossen. Ich glaube, sogar durch ihn ist die Holy Grail Quest erst ins Leben gerufen worden, ne? So, naja, ohne als Weisheit. Als Stab fehlt mir noch. Dann haben wir Einhandschwerter, den Pestbringer, der mir noch fehlt. Zwei-Handschwerter, der Todbringer und der Großvater. Schlagstäbe, Fackel von Iroh, oder wie auch immer man es nennt. Das Todesnetz. Und Wurfwaffen, der Gargoyle-Biss. So, jetzt gehen wir mal auf Schmuck und Klassen. Das ist auch ganz spannend. Stein von Jordan, ich glaube, ich habe sogar schon zwei. Bulkatos Hochzeitsring fehlt mir noch. Und der E-Lichtprojektor. Das Auge von Etlich, das fehlt mir noch, ey. Guck mal, ich habe Maras. Hier, Metallgitter habe ich. Schon relativ seltene Amulette, aber... Das Auge von Etlich, das habe ich noch nicht. Das ist echt... Naja. Ja, wenn ich die Us... Geats, Torch, habe ich. Regenbogenfacetten werden hier alle vier aufgelistet. Da habe ich nur Gift und Feuer bisher. Blitz und Kälte fehlt mir noch. Klassenspezifische Gegenstände. Amazone, komplett. Assassine, fehlt mir noch. Die Klauen der Feuerechse. Für den Barbar fehlt mir noch. Halaberts Herrschaft. Und Wolfsgeheul fehlt mir auch noch. Für den Druiden. Zerberus Biss. Rabengarn. Geistwächter. Totenbeschwörer. Brut der Dunkelmacht. Paladin. Herold von Sarkarum. Alma Negra. Drachenschuppen. Und für die Zauberin fehlt mir noch. Klafter des Todes. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Jetzt kommen die Set-Gegenstände. Da gehen wir mal genauso durch. Himmlische Hüllen. Komplett. Arcanas Tricks. Fehlt mir noch. Arcanas Zeichen. Hier. Jetzt bin ich so durchgescrollt, ne? So. Ja. Arktisches Set. Komplett. Berserker Set. Komplett. Katans Set. Komplett. Cyverbs Set. Komplett. Kleglafs Set. Komplett. Tod und Teufel. Komplett. Sarus Verteidigung. Komplett. Infernus. Werkzeuge. Fehlt mir noch. Infernus Schädel. Irathas. Komplett. Isenharts. Komplett. Millebregas. Komplett. Das finde ich immer auch ganz witzig, ne? Das heißt Millebregas. Und hier steht Milabregas. Und das ist auch so, ne? Ja. So. Sigons Set. Komplett. Tankred Set. Komplett. Vidalas Set. Komplett. Aldurs. Fehlt mir Aldurs Täuschung. Bulcatus Set. Komplett. Da bin ich sehr stolz drauf. Rinderkönig. Habe ich halt mit den Kau-Levels gemacht. Ziemlich am Anfang. Griswold. Ja. Das wird auch noch dauern. Die drei Teile hier. Die Fehlteile, ne? Griswolds Erlösung. Griswolds Heldenmut. Griswolds Ehre. So. Brüder des Himmels ist komplett. Vanin Set ist komplett. Ikars Set. Fehlt mir noch die Rüstung. Marvinas Kriegsgesang. Fehlen mir noch zwei Teile. Marvinas Besitzer und Marvinas wahre Sicht. Naiz Set. Komplett. Natalias Set. Komplett. Weisenruf. Komplett. Senders. Fehlt mir noch Senders Vorbild. Satser bis Komplett. Taraschas Obhut. Ey. Wann kann ich hier meine Eins reinmachen, ey? Ah. Ja. Taraschas Rüstung, ne? Das ist... Das ist der Gegenstand, worum es die letzten... Keine Ahnung. 200 Folgen. Ich habe noch keine 200 Folgen, aber... Ah. Den will ich unbedingt haben, ey. Ich habe gesagt, wenn ich die habe, dann kann ich richtig anfangen zu farmen, ne? Naja. Bin mal gespannt, wann es soweit sein wird. Genau. Der Schüler Set komplett und Trank UZ-Komplett. Das sind die 75 Gegenstände, die mir noch fehlen. Jo. Ist jetzt nur ein relativ kurzes Video gewesen, aber... Äh... Ja. Es gab einige Nachfragen. Einige Leute wollten gerne... Ähm... Sehen, was mir noch fehlt. Und... Ähm... Ja. Jetzt habe ich es euch gezeigt. Und... Achso. Ich kann da mal fragen. Mir fehlen jetzt noch 75 Gegenstände. Hättet ihr da Interesse dran, dass ich bei meinem Gameplay links und rechts, äh... die fehlenden Gegenstände, äh... aufschreibe? Oder sollte ich das lieber erst machen, wenn mir nur noch 50 Gegenstände fehlen oder so? Weil das vielleicht sonst zu viel Text links und rechts wäre. Ist halt schon wirklich viel, ne? Ähm... Könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und... Dann kann ich mir ja mal was überlegen. Genau. Das sollte es erstmal gewesen sein. Und, äh... Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in einem Gameplay. Wieder. So. Also dann. Und... Tschüss.